Es gibt Twitch Drops für Assassin's Creed Mirage. Es geht am Donnerstag, den 5. Oktober um 18 Uhr los und geht bis zum Samstag, den 7. Oktober um 18 Uhr. Ihr könnt folgende vier Sachen hier abstauben. Und zwar den Holy Knight Raven Skin, dann 50 Durhams Initiate Die Kit und nochmal der kleine Boni für Assassin's Creed Valhalla. Ihr müsst dafür alle 30 Minuten irgendwo zuschauen, also sprich insgesamt 2 Stunden und dann habt ihr alle Belohnungen.